Kann man den Bubble Tea bestellen? Bubble Tea? Das gibt's glaube ich nicht in Hamburg. Digga, chill mal, don't save. Das ist glaube ich so ein Berliner Ding. Wer bestellt Bubble Tea, welcher? Papa Platte. Du machst echt zu viele Sachen Papa Platte nach. Nein, was denn? Es gibt nur einen komischen Typen in Twitch-Deutschland, der Bubble Tea trinkt. Und dann machst du dir die gleiche Frisur, machst die gleichen Aufnahmen. Ich trinke Bubble Tea seit 2020. Du hängst die mit einem der Dinge am Sack, mit dem anderen trinkst du Bubble Tea. Weißt du? Digga, hast du schon mal Bubble Tea getrunken? No, don't you, grüner Tee ist so krank. Ich hasse Tee. Aber kalt mit Zucker, digg, das ist so geil. Du kannst alles mit Zucker trinken. Ich hasse Zucker Tee. Wenn du dir scheiße mit Zucker anröhnen wirst du es trinken. Du bist der scheiße Typ, der das bisschen zu geil findet.